oft auf Sendung haben, weil das ist natürlich ein Wahnsinn. Und wenn Sie jetzt sagen, oh Gott, ich nehme das Schwarze, trage da so ein Trägerkleid dazu. Wenn Sie sagen, ich will sonst meine Arme so nicht zeigen, können Sie wunderbar darunter tragen. Und genauso warm wie Vlies. Und das macht es eben. Gerade zur kalten Jahreszeit ist das natürlich ideal, wenn Sie sagen, oh, mir ist immer so kalt und ich friere so. Oder ich trage gerne mal so Träger. Wichtig, noch Ihre Größe sichern und mit dabei sein bei dieser Spezial-Hightech-Faser, die Sie hier bekommen. Letzten 127. Wenn Sie zu Weihnachten dann in die Kirche gehen, da ist ja auch immer recht kalt, ja. Können Sie es hier wunderbar darunter tragen. Letzten 100 Möglichkeiten, wieder ein Zweierset, wieder ein Doppelset. Und wir haben jetzt die letzten 100. Irgendjemand in der Leitung? Ich dachte bei Beklagen, oder? Also heute kann man sich wirklich nicht beklagen als Kunde. Muss ich sagen. Letzten 89, bitte schnell sein. Letzten 55, Raute-Taste drücken, Doppelset für Sie. Letzten 52, ich sag vielen Dank für den Einkauf. Letzten 50, schnell sein, 22 Euro. Machen wir jetzt für Sie. Hier die letzten 17, letzten 15, schnell sein, letzten 14. Und dann gibt es die Thermo-Strumpfhose. Ich sag immer Leggings, ist natürlich eine Strumpfhose. Im Doppelset zu einem super Preis, also dranbleiben. Hier die letzten drei. Schnell, schnell, schnell jetzt für unser Thermo-Shirt. 305 Euro weniger. Klasse. So, jetzt ganz schnell jetzt mit den Thermo-Strumpfhosen, weil es ist ein Doppelset. Also Thermo-Strumpfhosen benutze ich seit Jahren. Ich finde die absolut genial. Ja. Das sind alle 100 Stück. Mehr gibt es gar nicht von der Tistra Wärmen. Kommt heute nicht mehr wieder. Also bitte, bitte schnell sein. Letzte Chance hier auf die Thermo-Strumpfhosen für das Doppelset. Bitte da ganz schnell zugreifen. Und da können Sie eben auch im Winter mal einen Rock tragen oder ein Kleid tragen. Wie gesagt, gerade hier ist genial. Das ist eine tolle Passform. Das schmiegt sich einfach perfekt für. Wir haben jetzt die letzten 80. Machen Sie bitte mit. Wir haben schon 25, gleich 30 in der Leit. Die Größe M. Das ist toll. Hier gibt es noch vier Mal, höre ich gerade. So können Sie wirklich auch im Sommer, äh im Winter mal ich im Sommer, im Winter ihre Lieblingskleider tragen, Röcke tragen, Hotpants tragen. Ja, weil du frierst damit einfach nicht. Können Sie auch viel, ja, auf einen Streich, ähm, das ist in, kann man auch ruhig mal zeigen, oder? Wollen wir, wollen wir, wollen wir auch heute nicht. Jetzt wartet bitte mal ganz kurz. Das ist das Utensil, was den Bauch am, ey, wie kann man denn mit 60, 65 noch so rocken auf der Bühne? Meine Damen und Herren, in dem man sich gut fühlt. Und hier geht's los. Wollen Sie 20 oder wollen Sie 20 mit dem Po und mit den Beinen? Gerade wenn man Hosen hat, zum Beispiel beim Anziehen, bis hier geht noch alles. Dann ziehst du hoch und denkst, ah, da geht nichts mehr. Und jetzt, meine Damen und Herren, das ist das Geheimnis der Stars. Gerade wer im Oberschenkel beeinigt, ich kann Ihnen nur eins sagen, das sieht wirklich unterangezogen aus, als wenn Sie mindestens anderthalb Kleidergrößen bis zwei Kleidergrößen wegkraschiert haben. Gucken Sie, was haben Sie zu verlieren? 10 Euro, 9 Euro, liebe Zuschauer. Es ist der Best dazu. Drück Ihnen die Daumen. 9 Euro für eine Panty. Schauen Sie mal, das geht gar nicht. Mehr Personal. Hier, wir machen es über die Menge. Wir sagen... Schauen Sie mal. Und das ist eben genau das, auf was es ankommt. Schmeichler, diesen Figurformer an. Und glauben Sie mir, bekommen, wir haben aber nicht allzu viele da. Wir haben, glaube ich, noch 90 oder 95 davon da. Und das war's dann. Die letzten, bitte, Achtung, 50, bitte, liebe Zuschauer. Die gehen zehnerweise raus, ne? Sehr entscheidend. Es geht jetzt nur noch ums Mitnehmen. Zehn raus, zehn raus. Haben Sie gedrückt die Raute-Taste? Ganz schnell, Raute, Raute, Raute drücken, liebe Zuschauer. Ne, nicht geschafft. Schauen Sie mal, wollten wir Ihnen nicht anzeigen, die 30. Tut mir echt leid. Ich entschuldige mich bei Ihnen, liebe Zuschauer. Ich wollte Ihnen einen Euro nicht haben. Hätten wir sieben bekommen und Sie werden nicht leer ausgegeben. Achtung, bitte. Wir werden jetzt für zehn Euro starten. So eine figurbetonte Ware anhat oder formende Ware anhat. Dann steht man auch ganz anders. Man präsentiert sich viel aufrechter. Probieren Sie es aus. Sieht schöner aus. Ich weiß nicht, was habt ihr denn noch da? Ein Euro. Das ist Wahnsinn. Sieben Euro. Was haben Sie jetzt zusammengezahlt für beide? Toller Preis. Zwölf Euro, beides zusammen. Kann man nicht meckern. Alles easy und alles günstig. Wirklich wie auf dem Trödelmarkt gerade komme ich mir vor. Wirklich wie auf dem Trödelmarkt. Sechs Euro. Stützt die Brust. Und das ist eine Riesensensation. Das heißt, du kriegst einen in schwarz und einen in weiß. Einfach zum Unterziehen Ihrer Kleidung. Das heißt, für ein strafferes Aussehen Ihre Arme. Und gerade für die Damen gemacht, die wirklich ganz arge Probleme bei den Oberarmen haben. Wir zeigen Ihnen das nochmal. Käthe. Sie kriegen eins in weiß und Sie kriegen eins in schwarz. Dort bitte oben die Größe aussuchen. Größe L mit 1, XL mit 2 und XXL mit 3. Einen gibt es noch. Und dann geht es in die große Uhren-Show. Letzten 10 Plätze.